Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 3. Januar, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. Versicherer zahlen 4,3 Milliarden Euro für Unwetterschäden. Sturm, Hagel und Starkregen haben im Jahr 2022 für Schäden in Höhe von 4,3 Milliarden Euro gesorgt. Die schwersten Schäden verursachten die Orkane Jelena, Zeynep und Antonia im Februar. Sie verursachten 1,25 Milliarden Euro Schaden an Häusern, Hausrat und Betrieben, sowie rund 56.000 Schäden an Kraftfahrzeugen in Höhe von 125 Millionen Euro. Das teuerste Naturgefahrenjahr für die Versicherer seit Beginn der Statistik in den 70er Jahren war das Jahr 2021 mit einer Schadensumme von 12,6 Milliarden Euro. PKV wird Chipkarte durch Smartphone ersetzen. Privatversicherte sollen ab Mitte 2023 sogenannte digitale Identitäten erhalten können, die ihnen einen Zugang zu digitalen Services rund um ihre Gesundheit bieten. Dadurch sollen sich Versicherte mit dem Smartphone beim Arzt online einchecken und auch digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte oder das elektronische Rezept nutzen können. Für die Umsetzung hat der Verband der privaten Krankenversicherung Verträge mit der IBM Deutschland GmbH und der Firma Research Industrial Systems Engineering Forschung, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH abgeschlossen. Forderungen nach mehr betrieblicher Altersvorsorge Angesichts der hohen Inflation wünschen sich die Bundesbürger mehr Unterstützung durch die Arbeitgeber. Über 59 Prozent würden das befürworten, wenn die Unternehmen einen höheren Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge leisteten. Jeweils ein Fünfte sind unentschieden oder lehnen es ab. In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist die Forderung nach mehr Beiträgen am größten, mit über zwei Drittel 67,4 Prozent Zustimmung. Das ergab eine im Dezember durchgeführte repräsentative Umfrage von Siewe im Auftrag der DBK. Talans stößt Ungarn Töchter ab. Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung international der Talansgruppe verkauft seine Anteile an ungarischen Gesellschaften an die ungarische Staatsholding Kovinus. Mit dem Verkauf will sich die Talansgruppe auf ihre Kernmärkte konzentrieren. Der Abschluss der Transaktionen wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Arthus-Gruppe mit neuem COO Daniel Heinzler übernimmt die Position des Chief Operating Officers der Arthus-Gruppe. Der 38-Jährige wird diese Position zusätzlich zum Amt des Chief Financial Officers begleiten, das er seit Anfang 2021 innehat. Die Funktion des COO soll auch die Weiterentwicklung von beispielsweise den Unternehmensbereichen HR und Marketing umfassen. Königswege setzt auf BU-Experten-Service Die Königswege GmbH vertraut ab sofort in komplexen Leistungsfällen im Bereich Einkommensschutz auf die Expertise der BU-Experten-Service GmbH. Alle angeschlossenen Vermittler können künftig auf das Experten-Know-how der Leistungsfall-Profis aus dem fränkischen Kronach zurückgreifen. Die auf die bundesweite Zusammenarbeit mit Finanzdienstleister spezialisierten Versicherungsberater zählt seit Jahren zu den bekanntesten Dienstleistern für dieses Segment. Das Unternehmen der Scala Finanzgruppe vertritt als Rechtsdienstleister die Interessen der Mandanten im möglichen Leistungsfall. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 3. Januar, präsentiert von IWEPRO, die Lösung für Bestand und Provision.